So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns hier bei Diablo 3, haben gerade Deckard Cain gefunden und ja, ich denke mal, wir gucken mal, was der Gute uns zu sagen hat. Es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Und schwupps, weg ist er. Ja, ich denke mal, wir gucken hier mal gerade, ob wir unten noch was finden, bevor wir ihm dann hinterher folgen. Das ist verschlossen. Da kommen wir zur Zeit noch nicht durch. So, hauen wir noch ein bisschen kaputt. Und Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Jo, werden wir tun, aber da ist noch eine Truhe und ein Dolch. Gut. Ich denke mal, wir gucken hier mal gerade im Garten umher, ob wir noch was finden. Bevor wir ihm dann folgen. Jo. Und noch eine Handachs und was Gold. Das ist doch schön. Wir gucken jetzt da vorne noch gerade. Joa, komm, die machen wir noch platt hier. Nee, da kommt noch mehr. Wie ihr sicher auch schon gesehen habt, habe ich ein zweites Schild ausgerüstet. Äh, Quatsch. Ein zweites Schild. Ein zweites Schwert ausgerüstet und das Ganze gegen die Handachs ersetzt. Was red ich denn für ein Quatsch? Zweites Schwert und habe das mit dem Schild getauscht. Ich habe meinen Schwur gegenüber Leia gehalten und Cain gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Sternen. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Tristram. Und dann sprechen wir mal mit mit Leia, genau. Die Vorhörerung Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Was könnte mir vom gefallenen Stern berichten? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Die Vorfahren gewähren mir Stärke. Gut. Dann sprechen wir jetzt noch mit mit Cain. Der hat gerade nichts mehr zu sagen. Also. Gucken wir mal eben gerade, was wir da beim Stufenaufstieg freigeschaltet haben. Wir haben hier Spaltenhieb. Ja. 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 Ich glaube, wir hier das spalten. Das finde ich eigentlich noch am besten. Das ist eigentlich immer ganz gut. Also so einen großen Bogen gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Ne, sie hat nichts mehr zu sagen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Eine traurige Geschichte. Doch ich suche den gefallenen Stern und er ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hattrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea! Du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat Stand gehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Fulianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich acht Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hinein interpretieren sollten. Ja. Dann suchen wir mal den Schmied, ne? Mal glücklich. Einmal durchs... einmal durchs ganze... Dorf durch. Und da hinten steht er schon. Hey, Hedric. Schmied. Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Habdank. Folgt mir. Und schon rennt er los. Gut. Wollen wir ihm mal helfen, ne? Ab in den Keller. In den Keller der Verdammten. Noch nicht genug Wut. Meine Freunde. Es tut mir leid. Es muss getragen. Ich brauche mehr Zeit. Ah, und da vorne steht sie schon. Ah, Mist. Da hab ich zu viel aufgestampft. Aber egal. Ich kann mal. So. Eine Breitachs. Sehr schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Hedrick, ich brauche eure Hilfe. Ich muss Leericks Krone finden. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Okay. Gucken wir mal, ob wir seinen Lehrling da draußen finden. Aber ich hab da schon ein ganz böses Gefühl bei der Sache. Aber wir schauen mal. Da steht ja ein Waffenständer. Der war da auch ein bisschen fehl am Platz. Gut, dass die sich da nicht bedient haben. Okay. Wo müssen wir hin? Ah, zum hinteren Stadttor. Zum Nordwest-Tor. Und zum Hain des Weglages. Des Weglagen. So. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir den Lehrling finden. Dann müssen wir hier mal ein bisschen auf. Habt ihr schon Angst? Gucken wir mal. Ob wir hier... Wir sind schon ungefähr bei 10 Minuten. Ob wir dann heute noch... Wahrscheinlich rollen. Machen wir heute hier erstmal die Karte, dass wir aufdecken hier. Lass uns überall mal langlaufen. Schauen uns das mal an. Vielleicht finden wir den Lehrling immer auch schon mehr. Aber hier ist ordentlich was los. Das gefällt mir gut. Drei von den... Wie heißen die hier? Das geht noch nicht. Äh, grotesk. Ja. Die Hunde und Leichen. So. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Und während wir uns hier munter da durchmetzeln... Och. Schöne Sachen finden wir hier. Hab ich mal so überlegt. Ich werd demnächst mal... Ich mein, wenn hier so viel los ist. Vielleicht ja sogar hier schon. Mal so ein bisschen... Bisschen mal rumlaufen. Bisschen aufleveln hier. Also ich hab hier... Eine nette Kurzgeschichte gefunden. Über... Die Barbaren. Ich weiß gar nicht, wie nannte sich das? Da war so eine Seite über den Barbaren. Und da... Ist halt auch eine Kurzgeschichte. So. Weil ich die euch ja natürlich jetzt hier nicht... Auswendig vortragen kann. Hab ich gedacht... Ich werd mal so... Einfach hier rumlaufen. Bisschen aufleveln. So. Zumindest so lang, wie die... Die Geschichte brauchen. Ein 10 Minuten. Und dann im Nachhinein... Was ist das denn da hinten? Ausgeburte Hölle. Ja. Ein dicker Boomer. Witzchen. Mein. Hahaha. Vergeheh lang nicht. Schwarz. Gewenzel. Ja. Okay. Und... Zacker. Und weiter geht's. Ups. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Ähm. Genau. Und dann... Einfach mal wie so... So Märchen-Onkel-like. Ne? Ähm. Die Kurzgeschichte dann... Aufnehmen. Also besprochen aufnehmen. Und die Tonspur einfach dann drüberlegen. Also sehe ich die Lautstärke von früher runter. Das muss eigentlich ganz cool sein. Weil... Wenn ich mir meine... Aufnahmen im Nachhinein immer so angucke... Ich muss noch ein bisschen an meiner Stimme trainieren. Üben. Das hört sich nicht immer... So konzentriert an. Wie ich es beim Zucken immer selber empfinde. Also... Ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Wir haben einen da. Wir haben den Lehrling gefunden. Wie zu erwarten. Man sieht ja nicht mehr so gut aus. Aber ich hab gedacht, der... ...verwandelt sich noch... ...in einen... ...äßigen... ...Supertoten oder so. Gut. Ich denke mal, wir laufen hier noch in den Schlenker. Gehen dann erstmal... ...zurück zum Schmied und berichten ihm... ...dass er das gehalteste Lehrling selber behalten kann. Okay. So. Wie hießen die nochmal hier? Ge... Gekelhaft... Boah, wir haben es zu für sieben. Meine Güte. Es geht ja hier... ...nett. Okay. Also... ...wollte noch... ...ansonsten... ...könnte ich noch was erzählen... ...zu den... ...Hauptmerkmalen... ...des Barbaren hier. Wie zum Beispiel jetzt... ...Nahkampf, brutale Angriffe... ...Kriegsschreif... ...ja, und zum... ...Einstecken von Treffern einfach. Also... ...klar. Haben wir schon gemerkt, ne? Nahkampf... ...führen... ...die führen halt mit Leichtigkeit hier... ...Waffen, die für die... ...Anderen... ...kaum zu heben sind. Also hier... ...die können eigentlich alles tragen hier so. Von Schwertern, Hämmern, Ächsen... ...von... ...normaler Größe in jeder Faust... ...halt so, wie ich das gerade mit den Schwertern mache. Aber auch hier so... ...große Zweihänder... ...können die halt... ...locker mal eben schwingen. Könnte ein Mönch jetzt nicht, ne? Und... ...ja... ...kombinieren halt dann hier... ...Stärke... ...mit Zorn... ...und... ...wenn sie halt... ...wir haben halt Ressource Wut... ...wenn sie mit ordentlich Wut zuschlagen... ...kann man auch manchmal kurz sehen, können sie die Gegner wirklich fort schleudern. ...körperteile abstehen, ne? ...so... ...haben wir alles schon gesehen. ...mhm... ...dann gibt's ja noch diese... ...Kriegsschreie... ...mhm... ...ja... ...können halt Verbündete... ...äte halt in... ...also wir haben jetzt auch keinen Verbündeten... ...halt in Raserei versetzen... ...oder... ...kleine Feinde... ...panisch fliehen lassen. Ja, oder... ...größere Feinde können dann nicht... ...moral gesenkt werden, ne? ...dass sie es nicht nur so gut für... ...tödliche Schläge... ...setzen können. Und ansonsten können sie auch ordentlich Treffer einstecken... ...kein anderer kann so viel... ...ja... ...wegstecken wie ein Barbar. Also... ...joa... ...das geht noch nicht. ...wie gesagt... ...und unten links, was ich da gerade... ...füllt... ...und gleich voll ist... ...jetzt voll ist... ...und die gelbe Kugel... ...ist halt hier Ressource Wut. Ja, wie heißt es schön... ...die Wut im Herzen eines wahren Barbaren... ...kann nicht... ...nicht gelöscht werden... ...solange sie leben. Wut repräsentiert reinen Zorn und Kampfeslust. Und sie verleiht jedem ihren furchtbaren Schläge... ...Kraft. Wut wächst bei Barbaren, wenn sie selbst Schaden erleiden... ...oder ein Treffer gegen einen Gegner landen. Während Barbaren immer mehr Schaden von ihren Gegnern erleiden... ...erreicht ihre Wut den Höhepunkt. Überschüssige Wut kann explosiv... ...genutzt werden. Ja. Na. Aber halt außerhalb des Kampfes baut sich Wut halt wieder ab. Euer Lehrling ist tot. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst... ...und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Konnte man jetzt unten links schön sehen... ...wie sich die Wut wieder abbaut. Ich denke mal... ...das... ...wir machen Schluss für heute. Und dann... ...gehen wir... ...die Krone des Skelettkönigs morgen suchen. Ja. Wie gesagt... ...wir kennen jetzt unseren Barbaren. Ich hab da nochmal was erzählt. Ich hoffe, ich hab keine Fehler gemacht. Nur so... ...so Multitasking ist dann... ...nicht immer so meine Stärke. Okay. Ich geh noch ein bisschen durch die Menüs. Guck mir das... ...eine noch an. Hier tauscht ich dann hier die... ...Handschuhe um. Guck mal. Ja, das ist jetzt gut. Plus Erfahrung pro getöteten Gegner. Das lassen wir mal. Okay. Ich sag's schon mal. Tschö. Macht's gut. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. 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 Tschö.